Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf der Karte nach Frischemarsch. Wir setzen jetzt unsere Arbeit fort mit der Aussage von Raps. Wir stellen mal gleich den Abfahrer ein. Dann waren wir bei den Heuschwatten, der Kurs gelöscht. Das ist ungünstig, aber gut. Da wir den Kurs ja sowieso brauchen, den ins Lager fahren müssen wir mal von vorne starten. Zumindest versuchen wir denselben Kurs zu laden. Das heißt, wir müssen hier vorne starten, damit wir denselben Kurs dekopieren können für Sammel. Das heißt... Das heißt, wir müssen hier vorne starten. Das heißt, wir müssen hier vorne starten. Das heißt, wir müssen hier vorne starten. So, dass wir heute etwas Heu leider bekommen. Spätestens zu der zweiten Folge heute Sonntag. Wir wünschen allen einen schönen Sonntag. Das müsste eigentlich stimmen und nochmal nachkazieren. um 12 Uhr. Sollte passen... Passt! Okay! Den fahren wir zurück. Das Lager ist nun leer. Jetzt wird die Räne zu laufen. Schauen wir uns doch dann. Laufanzeige. Armbar zu kurz. Laufstecker hier. Laptop wohl auch nicht. Macht nichts. Also Fall 2 ist fertig. Düng könnte noch sein. Düng könnte noch sein, dass es gemacht werden muss. Hier ist ein Gericht. Lager ist klar. Jetzt weiß ich was gelingen hat. Das heißt, wir schauen mal gleich. Der Lautsprecher hat das Mikrofon stört. Das heißt, jetzt haben wir. Nahgedüngt ist zweifach. Eins und zweifach gedüngt. Bei 15 muss noch geerntet werden. Das ist aber auch zweifach. Und bei 20 muss der Stuhl wachsen. Und dann müssen wir Ungruppe kämpfen. Sobald der Minhoi fertig ist. Auf dem Schwarz zu machen. Werden wir da. Sofort sammeln beginnen. Und Lager fahren. Die Kameras unten. Sieht etwas ungewöhnlich aus. Um das Kabel zu kurz. Jetzt. Das können wir irgendwie ändern. Oh, nicht mal gut. Ja, jetzt halt läuft. Wir müssen eigentlich normalerweise. Wir müssen die Kühle tun. Aber ich denke mal die Silage. 7.2. Oh, komm. Kann nicht mal lang dauern. Ja. 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 Yeah. Entschuldigung, trockener Hals. Ah, das macht er. Die Rahmen sind da. Ah. Ah ne. Jo. Verluste? Keine. Passt. Oh Mann. Das sind so viele Gäste. Ich habe hier auch mehr gesehen, als ich betrage. So. So. Jetzt waren wir mit dem Ohr frei. Am Freitag. Zwickeltag. Das war am Anfang nicht so sicher. Das wusste ich erst am Mittwoch genau. Aber nur habe ich frei. Alles gut so. Die letzte Erholung vom großen Urlaub. Sechs Wochen her. Aber keine Sorge, da würde ich entsprechend vorsorgen. Mal ein bisschen länger Planen enthalten. Und Tau ist weg. Ja. Dünger war nicht mehr. Dünger war nicht mehr. Aber wir können Dünger vorbereiten. Sobald hier Mais gewachsen ist, in der Stufe, müssen wir hier vorne so dünnen. Dessen fahren wir die Spritze weg. So. Unseren Hauptlagerplatz. Mit ganz großen Maschinen. Durch die Hecke. Geht schon. Einmal geht. So haben wir so einen Düngerstreuer. Einen kleinen. Was? So. 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 So wie im, so. 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 Öger ist voll, dann ist gut. Gehe nix. den fahrt wenn man bereitstellen das wie gelaufen ja schon mal da kann man das ist ein norddeutscher mais weg schnell und groß das heißt feld nummer 15 ist reif das ist natürlich aber wieder arbeit und verhauft und doch kein Problem ja, dann werden wir gleich ernten aber jetzt dünnen wir wenn wir die runde rum haben können wir ja theoretisch hier vorne noch durchfahren und dann können wir Hilfe einstellen du kannst es auch machen ein fortgefüge so helfer mach deine arbeit dann ist er auch gleich fertig naja dann muss man ja leider ist zwei stufen drin aber das macht nichts er ist auch fleißig bei okay sieht gut aus dann werden wir uns das Lkw den Drescher annehmen ok, werden wir gleich mal zum Feld fahren zum Feld Nummer 15 auf zur Ernte auf zur Ernte wir wollen ja heuer einfahren und beteiligen wenn wir auf dem Kopf das hier ist ich glaube Brocken oder sowas der erste hier vielleicht auch eine Hirse aber 14 gehört nicht nee nee Moan ist das Moan Moan da ist jemand fertig da ist jemand fertig das Feld ab der nicht wir werden hier noch gleich brauchen können für Heu sammeln für Heu sammeln hier ist noch die Ausfahrt so Innenansicht jetzt im Blick Hups richtig guck gerade nach dem Laptop da geht es mir gerade Startschwierigkeiten da macht nichts immer näher machen und jetzt hoch fällt das gut weil nicht so gut eine Phase weiter gewogen ich stell mich hier vorne hin dann können wir gleich den nehmen zum häusamen hallo sieht der aus hat wenig gewaschen Bruder ich muss den Kurs speichern hier schwacken oh ich muss den Kurs gut anfahren oh ich muss den Kurs gut anfahren viel Arbeit dann können wir das nächste Grasfeld machen jetzt haben wir genug Arbeit jetzt können wir auf eins gehen sonst wird auch nichts jetzt haben wir hier noch zwei Wiesen zu machen so jetzt haben wir die machen wir da dann muss hier näher gedüngt oder gepflügt werden oder beides oder beides aber pflügen die wir heute so das heißt jetzt können wir erstmal die anderen Kurs speichern speichern schwacken das hier fällt nur 27 ja klopp nach dem 27 gibt es dann mal so erstmal runterfahren vom Acker vom Acker parken wir mal hier hin und fahren wir mal gleich zurück da draußen liegen die Vögel so andere Programme nicht drauf nicht schlecht so über Führungskurs übrigens einfahren so so das müssen wir auch noch machen das hoffe ich jetzt, dass man kann so Wahnsinn so der geht wieder mal so wir haben die Freunde in der Landstadt was soll es für heute gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen es würde mich freuen dir mal ein Like genauso über ein Abo ich sage schon mal Danke für alles wieder öffnen ich würde mich freuen wenn ihr mich einschalten würdet dann seid mal schüße und winke winke und ciao bis denne bis morgen